Moin Leute, was geht? Mein Name ist Judo Gamescom auf der Playstation 4 und ich muss die Aufnahme nochmal machen. Der YouTube Livestream ist ja mega kaputt gegangen, da hat ja gar nichts funktioniert. Wollte nur eine Ansage machen, hier offiziell, YouTube Gamescom. Wollte auch noch ein paar Leute grüßen, das ist der Florian Ho. Perfekt, yes. Und MontanaBlack88 hat sich nicht getraut, irgendwas zu machen. Ja, der hat einfach Schiss, weißt du? Der hat Schiss gehabt, gegen mich zu kämpfen, er hat Angst, sein YouTube Money zu verlieren. Ja, so sieht die Lage aus an der Front. Aber hier, Zombie Cowboys und Libanon Elite zusammen vereint. Yes, hier ist die Power, hier ist die Kraft. Fast Level 6, fast Level 6 auf der PS4. Ich danke erstmal alle, meine ganzen Zuschauer. Ihr seid echt geil und ohne euch, wie schon gesagt, hätte ich es einfach nicht geschafft. Und ihr seid einfach hier meine Unterstützung. Ohne euch geht gar nichts. So sieht das aus an der Lage. Also, in der Lage. So ist die Lage. So, genau. Woran habe ich hier einen Stream gemacht. Wo haben wir es denn irgendwie? Ja, PS4 Stream. Aber das ist total, total schief gegangen. Total schief gegangen. Die ganze Aufnahme, total schief gegangen. Aber ich habe auf jeden Fall gewonnen. Ich grüße Agent907. Ich grüße Libanon Elite. Und hey, wir sind die Sieger. Wir haben gewonnen. Wir haben MontanaBlack besiegt. Ein wahrer Sieg, den wir heute errungen haben. Es ist ein kleiner Schritt für uns, aber wir haben es geschafft. Danke. Und das kann ich euch verdanken. Meine Abonnenten hier. Meine geilen PSN-Freunde. Ihr seid, ihr seid einfach geil. Die haben mich noch nicht abonniert hier irgendwie. Keine Ahnung. Aber das ist mir auch völlig egal hier. Hier. Das sind die coolen hier. Wir sind kampfbereit hier. Haut rein. Bis dann. Ciao. Eure Gamescom auf der Playstation 4. Ich genieße jetzt noch ein bisschen den Sieg. Und ja. Nice. Ich genieße jetzt noch ein bisschen.